Gute Lilien-Fans, herzlich willkommen zur Elfmeter-Challenge von Neobet. Der Gewinner. Dennis, grüß dich. Heute gegen den Tobi, der auch nicht so schlecht ist. Ich stelle mich in die Kiste. Bin gespannt, wer von euch beiden gewinnt. Jeder hat drei Elfmeter. Solltest du gewinnen, zwei Tickets und ein Trikot vom besten Klub der Welt. Viel Spaß. Auf geht's. Viel Erfolg. Ich würde einfach sagen, Wolfe. Zum Beim Stieg. Den machen wir schon mal. Ja. Ja. Musst du die Hand schicken? Jawohl. Hey, das gibt's ja nicht. Das war gute Chance. Boah. 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 Hey, jetzt geht's ja nicht um die Wurst. Boah. Scheiße. Ich bin natürlich spannend jetzt, ne? Es ist wirklich spannend. Ich weiß genau, wo deine Lieblingssäcke ist. Ja, heute? Weiß ich. Boah. Ich bin super. Ja, ich bin super. Ja, ich bin super. Jawoll, Junge. Da bleibt er stehen. Eiz-Kal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, klar. Leute, perfekt, unentschieden. Es gibt nur Gewinner heute und weil der Tobi einen leichten Profivorteil hatte, haben wir gesagt, bei Unentschieden gewinnt der Herausforderer. Dennis, viel Spaß damit. Gute Zeit und Gast geben auf der Tribüne. Weiterhin viel Erfolg, ne? Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.